Katjao. Muss ich die erste Frage beantworten oder auch die nächste? Nein, nein, nein. Also, genau, wie viele Antworten? Genau, Sie müssen, wenn Sie jetzt keine Antwort haben, dann bekommen Sie null Punkte. Das heißt, Sie haben nur die Wahl, drei auf drei Fragen zu antworten. Okay, ich denke... Ich denke, Sie machen das momentan vielleicht. Sie googeln schon. Deswegen machen Sie jetzt das in Deutschland. Nein, nein, also... 82 Millionen. 82 Millionen. 81, 82. 82 Millionen. Da gucken wir zusammen, ob das richtig ist. Also, das ist eine Vermutung. Ich hatte keine Ahnung. Also, 82, dann können wir... Och. Ich hoffe, das ist 82, Herr Katjao. Ist das richtig? In der Bundesrepublik Deutschland offiziell genau 82,157 Einwohner. Das ist seit 2015 so. Schön. Jetzt haben Sie einen Punkt, Herr Katjao. Wir machen weiter. Sie haben noch zwei Fragen. Ja. Sie haben noch zwei Fragen. Los geht's. So, welche ist die größte Insel Deutschlands? Welche ist die größte Insel Deutschlands? Das ist Sylt. Sylt. Wir gucken mal, ob er Katjao. Falsch! Herr Katjao. Sie haben jetzt nur einen Punkt. Das ist... Das ist also... Richtig ist Rügen. Rügen ist die größte deutsche Insel. Sie liegt an der Ortsee und gehört zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Herr Katjao, tut mir leid. Aber wir machen noch weiter. Das ist die letzte Frage jetzt. So, welchem Baustil ist der Kölner Dom zuzuordnen? Oha, ich denke... Der Kölner Dom zuzuordnen. Das ist Gothic. Gothic. Ah, Gothic. Ah, genau. Also ich habe mich daran gerade erinnert, dass wir sowas in der Schule haben. Ich weiß es nicht, aber ich denke... Ja, genau. Genau. Herr Katjao. Aber weißt du, noch eine Frage? Nochmal eine Frage. Also... Sehen Sie meinen Bischof? Ja, noch nicht. Also können Sie erst vielleicht die Frage vorlesen. So, jetzt die Frage. Das ist ja die leichte Frage. Okay. Wann ist der deutsche Nationalfeiertag? Erste Oktober? Erste Oktober? Erste Oktober? Oder dritte Oktober? Das ist der erste Oktober. Ja. Ich hoffe, das ist falsch. Mein Gott. Das ist dritte Oktober. Oh, scheiße, scheiße. Richtig. Ich habe jetzt vergessen. vergessen. Okay, 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 okay. Ja. Darum habe ich mich schon erinnert. Ja. In welcher Stadt Sie haben Hafen Deutschlands? Kiel Hafen Hamburg. Also, ich meine in Hamburg. In welcher Stadt? In Hamburg. In Hamburg. Okay, mal gucken. Das ist richtig. Äh. Richtig. Der Hamburger Hafen in den Hafen Deutschlands und nach dem Hafen von Rüttadam hat Werfen der Dritte in Deutschland. Super. Sie haben jetzt einen Okay. Jetzt kommt die letzte Frage. Ja. Das höchste deutsche Gebäude der Berliner Fernseeturm das höchste Bank Tower in Frankfurt Main. Welches ist das höchste deutsche Gebäude der Berliner Fernseeturm? Das Ulmer Münster oder der Komet Bank Tower in Frankfurt Main. Main.